Solche Netzwerke wie NUSHU sind elementar wichtig. Hier kommt man zusammen, hier kann man sich austauschen und es gibt viel Inspiration, aber auch viele Learnings. Und am Ende vom Tag macht es unglaublich viel Spaß, mit so vielen tollen Frauen auch sich auszutauschen. Durch NUSHU habe ich wahnsinnig tolle Leute kennengelernt und einfach unglaublich viel Support bekommen und gelernt, wie Netzwerken funktioniert. Viele tolle Frauen, viele tolle Persönlichkeiten, ganz viele tolle Geschichten und vor allem jede Menge zum Teilen. Was ich immer toll finde, ist der Austausch mit den anderen NUSHUs. Durch NUSHU habe ich mich persönlich extrem weiterentwickelt. Ich finde, dass Frauen sich gegenseitig inspirieren sollten und vor allem auch unterstützen. Jede Frau sollte eine NUSHU sein, weil sie Ideen hat, weil sie eine eigene Stimme hat und weil sie die auch in die Welt hinaustragen sollte. Und wenn man hier die Unterstützung bekommt, die man sich sonst überall suchen würde. Wir sind eine NUSHU!